Ich werde immer mal wieder gefragt, wer braucht eigentlich so teure Stifte? Und ich finde, das ist die falsche Frage. Braucht jemand meine Stifte? Nein. Schönheit hat nichts mit brauchen zu tun. Es geht um Wollen. Schönheit ist ja keine Notwendigkeit. Sie ist mehr als das. Wir tragen alle ein Verlangen nach ihr in uns. Und wann immer dieses Verlangen erfüllt wird, wird unser Leben um genau diesen einen besonderen Moment reicher. Das ist die Idee hinter meinen Schreibgeräten. Ich könnte lang und breit darüber sprechen, wie ich sie herstelle. Aber vielleicht ist es aufschlussreicher, über das zu reden, was ich nicht tue. Zunächst mal verwende ich keine Designsoftware. Meine Formen entstehen direkt aus dem Material, wenn ich es auf der Drehbank bearbeite. Der gleiche Prozess wie bei einer Skulptur. Ich versuche, die digitale Welt nach Möglichkeit aus meiner Werkstatt rauszuhalten. Der einzige Arbeitsschritt, für den ich Software benutze, ist die Berechnung der Maßhaltigkeit. Alles andere ist ein rein analoger Prozess. In meiner Werkstatt gibt es keine computergesteuerten Maschinen. Das bedeutet, dass ich keine größeren Stückzahlen produziere. Eine der wertvollsten Komponenten jedes Elbwurtsstücks ist die Zeit, die ich in seine Herstellung stecke. Ich benutze gerne charaktervolle Materialien für meine Schreibgeräte. Und was könnte mehr Charakter verleihen, als ein kleines Stück meines eigenen Lebens? Außerdem bin ich niemand, der mit überladenen Designs daherkommt. Eine Frage des persönlichen Geschmacks, ich überlasse das gern anderen, das ist nicht mein Stil. Für mich ist ein Stift vor allem ein Instrument. Ich finde, er sollte nicht wichtiger sein als die Hand, die ihn führt, oder das, was mit ihm geschrieben wird. Letzten Endes ist er ein Werkzeug, das Ideen eine Form gibt. Oh, und ich mache keine Gravuren. Manche finden das schade, aber ich habe dafür viel zu viel Respekt vor dem Gravierhandwerk. Ich selbst beherrsche diese Kunst nicht und denke, dass eine Lasergravur eh nur der Versuch ist, Massenprodukte zu individualisieren. Es ist nicht mein Ziel, allen und jedem zu gefallen. Bei Elbwurt geht es vor allem um Charakter. Ich glaube nicht an hochpolierte Perfektion. Jeder Elbwurt-Stift hat kleine Unvollkommenheiten und es sind genau die, die ihn unverwechselbar machen. Im Laufe der Zeit werden die Materialien ihres Schreibgerätes durch ihre Berührung sichtbar altern. Freuen Sie sich über diese Patina. Sie lässt Ihren Stift zu etwas einzigartigen werden. Jedes von mir gefertigte Stück ist ein persönliches Statement. Darüber, wie ich Schönheit und Charakter wahrnehme. Und ich freue mich, wenn es andere gibt, die genauso empfinden. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017